Herr Professor Dietl, Sie stehen dem Institut für Pathologie an der Charité in Berlin vor und sind Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pathologie. Die Pathologen arbeiten ja eher im Verborgenen. Sie stellen aber die Weichen, wie, ob, wie lange und wie aggressiv wir Patientinnen behandelt werden. Und Sie kennen eigentlich das wahre Gesicht des Tumors einer jeden Patientin. In der Pathologie hat sich ja im letzten Jahrzehnt oder in den letzten Jahrzehnten eine nahezu revolutionäre Entwicklung vollzogen. Würden Sie uns bitte einen kurzen Abriss geben, wie die Entwicklung gelaufen ist? Frau Börtlern-Wahl, das mache ich gerne. Der Pathologe wird ja häufig gesehen als ein Arzt, der sich überwiegend mit Verstorbenen beschäftigt. Das ist lange her. Die Obduktion wird selbstverständlich bei uns durchgeführt, ist aber vom Aufgabenfeld allenfalls noch 5%. Unsere Hauptaufgabe ist ja an Gewebe, das von Patienten entnommen wird. Beim Mammakarzinom wird ja eine Stanze entnommen. Beim Kolonkarzinom wird bei der Koloskopie ein Gewebsteil der Oberfläche des Darmes genommen etc. An diesem Gewebsmaterial zunächst einmal zu entscheiden, ob es eine Krebserkrankung ist, ob da ein maligner, bösartiger Tumor vorliegt oder nicht. Das ist die erste Hauptfrage. Die zweite, und das ist das, was Sie meinen mit der Entwicklung. Durch die modernen Methoden, sowohl der Immunhystologie als auch insbesondere der Molekularpathologie, ist es heute möglich, sehr viel mehr Informationen aus dem Gewebe herauszulesen. Durch bestimmte Tests, mit denen wir sagen können, ob dieses oder jenes Medikament wirkt, ob eine bestimmte Mutation vorliegt, die dann Basis dafür ist, dass ein Medikament gegeben werden darf, ja oder nein. Also der direkte Einfluss der Pathologie auf die Therapieentscheidung im Einzelnen, und zwar nicht insgesamt für tausend Patienten, sondern für den einzelnen Patienten oder die einzelne Patientin, das ist die neue Aufgabe der Pathologie, die an uns Herausforderungen stellt, die aber natürlich das Fach tatsächlich sehr stark entwickelt hat. Es gibt ja die klassischen Parameter immer noch bei der Immunhystochemie zur Charakterisierung des Tumorgewebes bei Brustkrebs. Kann man denn jetzt auf die verzichten? Nein. Es wird im Augenblick immer noch so bleiben, dass zunächst mal die normale Diagnostik, HE, also Hämatoxin-Irosin-Färbung, dann kommen die von Ihnen angesprochenen immunhystologischen Untersuchungen, in der Regel östzeuglichen Rezeptoren, dann HER2-Rezeptoren, Kie 67, wenn notwendig, und darüber hinaus... Entschuldigung, Kie 67 ist ein Marker für die Wachstumsfreudigkeit der Zeit? Kie 67 ist ein Marker für die Wachstumsgeschwindigkeit, richtig. Und darüber hinaus sind jetzt sogenannte Multigen-Testverfahren entwickelt worden, mit denen es möglich ist, bestimmte Patientengruppen genauer zu definieren, und zwar insbesondere darangehend, ob bei einer bestimmten Konstellation des Tumors ein Risiko besteht, in den nächsten zehn Jahren ein Rezidiv zu bekommen, also dass der Tumor wieder erscheint, oder ob dieses Risiko sehr gering ist. Als Folge dieser Analyse kann dann die Patientin entweder nur mit einer Endokrinentherapie behandelt werden, was natürlich sehr viel angenehmer und sehr viel weniger eingreifend ist, oder sie muss, wenn sie ein hohes Risiko hat, mit einer Endokrinentherapie und zusätzlich eine Chemotherapie erhalten. Also es ist nicht ein Stadt, also die molekularen Testverfahren ersetzen nicht die bisherige Immunistologie, sondern ein Plus. Ja. Jetzt werden wir ja immer wieder informiert über zahllose Teste, die es jetzt schon gibt, und die schon auch in der Routine sind sie zwar noch nicht, aber die verfügbar sind für die Patientin. Würden Sie uns kurz die wichtigsten nennen und die Entwicklung auch da kurz abzeichnen? Also ich denke, Sie sagen zahllos, das ist im Rahmen der molekularen Tests ein wenig übertrieben, wenn ich das so sagen darf. Es gibt mehrere Testverfahren, die zum Teil eingeführt worden sind, zum Teil nicht. Da würde ich eigentlich nur zwei nennen. MamaPrint ist ein Test aus Holland und Oncotype DX, ein Test aus den Vereinigten Staaten. Zum Ersten, zum MamaPrint, das muss an Frischgewebe erfolgen. Es ist auch kein PCR-basiertes Verfahren, sondern es ist ein ARRI-Verfahren. Also nicht kein quantitatives PCR-Verfahren, sondern ein ARRI-Verfahren, was sicherlich schwieriger ist. Deswegen werden da auch 70 Gene analysiert und Frischgewebe. Das ist eigentlich, hat sich das nicht so wirklich durchgesetzt. Oncotype DX ist ein Test, der an Paraffin-Gewebe, also an dem normalen fixierten Material, durchgeführt werden kann, der sehr ordentlich ist, der sehr gut ist. Es ist sozusagen der Multigen-Test der ersten Generation. Da gibt es einige Nachteile aus unserer Sicht. Es gibt eine intermediäre Gruppe, die relativ groß ist, wo man dann auch wieder nicht genau weiß, was soll man machen. Es ist ein Test, der nur in den USA erfolgen kann. Man muss das Material da hinschicken, etc. Und dann gibt es jetzt ganz neu, seit an sich Mitte dieses Jahres, einen Multigen-Test der zweiten Generation, wo diese Nachteile vermieden worden sind. Einmal, also es kann in Deutschland stattfinden. Es gibt mittlerweile sechs Institute in Deutschland, die dafür auch zertifiziert sind. Die Zahl steigt, ich sag mal, fast täglich. Insofern werden wir sicherlich im nächsten halben Jahr flächendeckend in Deutschland das gut abdecken. Der Test ist übrigens auch finanziell deutlich günstiger als der in den USA. Es ist eine höhere Transparenz, weil die ganzen Ergebnisse innerhalb der deutschen Pathologen ausgetauscht werden, ich sag sogar werden müssen. Und es gibt keine intermediäre Gruppe. Das heißt, man kann sehr präzise sagen, diese Patientin hat einen Low-Risk und wird dann in den nächsten zehn Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit, 96-prozentiger Wahrscheinlichkeit, kein Wiederauflammen des Tumors haben. Welche Patientinnen kommen für diesen Test in Frage? Ganz klar, es kommen nur Patientinnen in Frage, bei denen der Tumor Östrogenrezeptor positiv und HER2 negativ ist. Das ist die Kohorte, an der der Test auch entwickelt worden ist und nur auf den beschränkt sich der Test. Das sind aber immerhin 60 Prozent aller Patientinnen, die diese Konstellation haben. Und dieser Test kann voraussagen, ob eine Chemotherapie nötig ist oder nicht. Genau. Nur, auch da muss man immer wieder einschränkend sagen, es ist ein Test, der ein Risiko voraussagt. Also, dass wenn Sie in die Low-Risk, in die Gruppe mit niedrigem Risiko fallen, kann es in Einzelfallen von 100 immerhin 4 sein, dass doch ein Rezidiv auftraut. Wenn Sie aber in die High-Risk-Gruppe führen, also in die hohe Risikogruppe, dann ist die Chance, dass etwas passiert, fast 30 Prozent, 28 Prozent. Also, es ist eine deutliche Differenzierung, sodass, wenn man vor der Frage steht, mache ich nur Endokrin oder mache ich Endokrin und Chemotherapie, dieses eine rationelle Hilfe bei der Entscheidung ist. Wenn wir von dem Test sprechen, wir haben das Kind noch nicht beim Namen genannt, Sie können ihn ja nennen, dass die Patientin wissen, wie er heißt. Der heißt Endopredikt. Und wer kommt in den Genuss dieses Testes? Wo wird er angeboten? Eine Firma in Köln stellt ihn her, das ist übrigens eine Firma, die ursprünglich von Bayer Healthcare ein Teil war, dann von Siemens übernommen wurde und jetzt ein Spin-off von Siemens. Sonst, das muss ich so offen sagen, hätten wir das gar nicht machen können, weil die finanziellen Rahmenbedingungen für so einen Test etwa 20 bis 30 Millionen sind, bevor Sie so etwas fertig haben mit den klinischen Studien und mit der ganzen Rechnerei und den Leuten, die es gemacht haben und ein Labor etc. Das ist letztlich ein Siemens-Kind. Jede Patientin kann in den Genuss kommen, das wird von den Kassen übernommen und sie braucht nur ihrem Kliniker zu sagen, dass das Gewebsmaterial, was in der Regel in der Pathologie ist, zu einem der Institute geschickt wird und die sind dann in der Lage, diesen Test durchzuführen. Es heißt, es können Patientinnen, die frisch erkrankt sind und die Operation hinter sich haben und dann die Entscheidung treffen. Wie ist es denn für Patientinnen, die schon ein halbes Jahr ihre Diagnose und ihre pathologische Visitenkarte vorliegen haben, können die den auch noch in Anspruch nehmen? Das ist kein Problem, das Gewebsmaterial ist ja fixiert und wir haben lange Testungen durchgeführt, das geht bis 20 bis 20 Jahre zurück. Also es ist wirklich dieses Formalin, fixiert das einmal ganz fest, dann wird es noch in Paraffin eingegossen, sodass da an den molekularen Veränderungen eigentlich nicht mehr viel passiert. Insofern kann man das jederzeit, ein halbes Jahr ist gar kein Problem, auch fünf Jahre, wenn es gegeben ist, dann kann man das jederzeit noch nachholen. Es ist ja so, viele, ich weiß nicht, Sie wissen die Prozentzahlen, es heißt ja immer, bis zu 80 Prozent der Patientinnen mit Brustgriff werden übertherapiert, fehltherapiert oder auch ein kleiner Teil untertherapiert. Wenn Sie vielleicht doch nochmal die Zahlen nennen können, was uns dieser Test hilft, um das zurechtzurücken, dieses Verhältnis. Also wie gesagt, immer nur bei der Konstellation Östrogenrezeptor positiv, Herz 2 negativ, das muss ich immer nochmal wieder betonen. Da ist es so, dass, wenn man den Leitlinien folgt, ein sehr viel höherer Prozentsatz der Patientinnen mit Chemotherapie behandelt wird, als wenn man dem Test folgen würde. Die Gruppe, die dann in die Niedrigrisikogruppe fallen würde, ist etwa 30 Prozent. Mal so als grobe Anzahl. Das kann vielleicht mal auch 20 werden, das kann auch mal noch mehr werden, aber so als grobe. Es ist schon eine relevante Gruppe, die aus Sicherheitsgründen, weil bisher keine klaren Kriterien waren, übertherapiert heißt so, als ob es ein Fehler war. Es ist zwingend notwendig. Man konnte nicht anders entscheiden, aber man weiß, insgesamt bei allen Patienten ist es eine Übertherapie. Für die Einzelnen weiß man es oder wusste man es bisher jetzt nicht. Und jetzt kann man aufgrund des Tests diese Gruppe zumindest kleiner machen. Das lässt uns Patientinnen ja hoffen. Jetzt noch am Schluss eine Frage. Ich habe am Anfang gesagt, Sie würden im Verborgenen arbeiten als Pathologe. Können wir Patientinnen denn eigentlich direkt Kontakt mit den Pathologen aufnehmen und über unseren Tumor kommunizieren? Oder wollen Sie weiter im Verborgenen bleiben? Also im Verborgenen ist ja etwas übertrieben. Wir sind ja nicht unter der Erde in irgendwelchen Keller geschossen. Also wie Sie können, wir hatten sogar mal eine Patientensprechstunde aus Sicht der Pathologie. Der normale Kontakt ist mit dem behandelnden Arzt. Die Problematik ist immer so etwas, wenn der Pathologe den klinischen Verlauf nicht wirklich kennt und die Patientin auch uns eine E-Mail schickt. Wir versuchen die zu beantworten, aber das ist ziemlich risikoreich. Denn dann schreibt man irgendwas, ich glaube es ist so, aber letztlich ist die Gesamtkonstellation dann doch anders. Also bevorzugt ist der, wie ich eigentlich Patientin, behandelnder Arzt und der kann den Pathologen fragen. Wenn Sie aber speziell, und das kommt immer mal wieder vor, ich sage mal einmal die Woche ungefähr oder einmal, ja, zweimal die Woche, dass Patientinnen gern das überhaupt mal sehen wollen, so machen wir das durchaus möglich. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die wirklich hoffnungsvoll zukünftigen Aussichten. Vielen Dank. Danke Ihnen auch. Vielen Dank. Danke.